ja und willkommen zu einem neuen let's play ihr seht es dead island da fangen wir mal an ich habe das früher mal gespielt aber habe es nicht weit gespielt weil mein pc war damals nicht so gut da hat das alles mal hier und da so gehackt ich dachte mal wir können mal das alte retro spring mal wieder installieren und gucken was so gibt so wir fangen natürlich ein neues spiel an so da kam mal drei charaktere logan wurf experte das ist nicht gut da hatte ich das letzte mal das fand ich nicht so gut feuerwaffenexpertin waffen findet man auch selten expertin für scharfe waffen ok oder ihn experte für stumpfe waffen damit können wir zu hauen ich würde sagen den nehmen war sam b ich bin aufgewachsen zu wenig seit sich zwei war dort ist er gestorben okay noch einmal spielen wollen wir so und jetzt geht schon los naja hat eine lange durchsoffene nacht hinter sich gehabt gucken wir mal so sind wir in seinem schlafzimmer taschenlampe das zimmer durchsuchen wir brauchen alles was man finden kann hier geht schon raus hier ist nix mittleres medikit das braucht man immer es liegt auch immer überall rum was denn hier los die sind tod und sind die tod ist wirklich tot ok und deren schrank nix und kann ich die axt nicht nämlich für die axt haben wo man hier noch toilette gibt's nix weiter geht's ja man muss alles durchsuchen es ist ein survival spiel also in der art man kann alles gebrauchen geld 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 ja zumindest sind bereich am ende des spiels nichts drin acht dollar große batterien nehmen auch mal mit mal geld die haben alle kohle ohne ende hier öffnen auch mal mit elektroschort nehmen auch mal mit wer weiß ob wir es nachher verkaufen können oder gebrauchen können oder irgendwo lagern können oh einmal und hoch und zurück und hoch und zurück und hoch mit der maus das haben sie echt gut gemacht so haben wir noch die taschenlampe eigentlich an jetzt haben wir sie wieder an feuerzeug was gibt es hier noch was nein gucken wir mal ins badezimmer nix ok taschenlampe mal wieder aus das haben wir alles durchsucht ist hier was nein ok können wir weiter äh taschenlampe ist zu erfahrschung in der lobby ok klebeband nix geld was gibt es noch schönes ok herrte take a look feuerzeug geld kleber seifer ok so so ein filmsequenz sieht doch relativ schick aus auf dead island was das entweder waren das schon zombies oder sie haben sich in den tod gestürzt wir werden es gleich herausfinden was ist hier geld wir werden aber auch nochmal alles öffnen irgendeinen sinn muss das ja haben dass wir das alles einsammeln können so oh auf der minimap sehen wir unten dass man hier was machen kann was kann man denn hier machen oh Fahrstuhl Fahrstuhl luke öffnen werden wir da mal reinspringen oder mal mit dir oh 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 war das so eine gute idee wow sind wir gleich tot sind wir gleich tot oh oh da ist wer ähhhhh das ist passiert von mir weg hi ich kann nicht überkommen ne fühlst du dich gut kein checker und kiebern schüttelfrost poi ich kann nicht wo wafeln wafeln ich bin 良ge waffeln und auf war na ok Okay. Durchgucken müssen wir trotzdem alles. Dann haben wir hier. Ich muss mit dem Auge kratzen und weiter gehts. Eine Taschenlampe, dass wir mal was sehen hier. So. Oh. Blutig Fusch. Leichengeld. Lauf, lauf. Wo soll ich hinlaufen? Uah. Uah, da kommen sie. Lauf. Oh, 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 oh. Hilfe, die Zombies. Uah. Okay. Hallo Jungs. Ja. Da haben wir schon ein bisschen was hinter uns. Ha. Oh. Was ist da los? Oh. 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 überlebende neue quest blut im sonnen ein paar überleben gibt es ja ja ich nehme das paddel nehmen wenn du schon nicht helfen müssen eine waffe ich muss eine waffe suchen da habe ich eine waffe und unser erstes schlag mit den zombies wir müssen ihn retten wir müssen ihn retten wir kommen wieder wo wo unsere erste zombies schlacht wie weise walking dead ok akt 1 erledigt wow das intro ihr könnt ihr alles mitlesen ich brauche nicht alles direkt vorlesen immer bist du da oh was ist denn oh was ist denn ich kann für transportieren bei air bei sea aber erstens musst du hier bei mir oh das ist auch der falsche hinter wo du Logan ach wo ich spiele in der der sitzt ok wo bist du wo bist du bist du da Hallo Hallo Gott dammit We didn't think you gonna make it you kill them all getting good at this Aufstieg So drücken wir mal Uh oh Fähigkeiten Schlagarm entfessele deine Reißerei und Feine und Feinchen Ok dann machen wir das mal Achso das ist damit ja ist ok und so Ok So Sprechen wir mal mit den Kollegen Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Oh wir sind also resistent Ok Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Ja ich helfe dir Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Oh man ich sollte Warum die hell Ich bin der Chef der Rettungsschwimmer Ich sollte nicht hier Ich sollte zu Maggie und mit James und den anderen Ich sollte wahrscheinlich einen Weg aus der Rettungsschwimmer gefunden Vielleicht ist es noch Zeit um sie zu finden Wenn du da da und du siehst Maggie und die anderen könntest du mich wissen wo sie sind Ja komm nach deiner Frau suche ich Wie kann ich sagen Nein Danke Ich werde hier Ich meine du weißt wo ich sonst gehen Jawohl Und weiter geht's Es ist im Buch der Rettungsschwimmer Danke Gott wir haben dich gefunden Also einen kaputten Stab will ich nicht Kann ich die Waffen wechseln? Hm Was mit Tab auch nicht So Aber wie habe ich den? Habe ich den Inventar? Habe ich nicht Okay Kann ich den Waffen wechseln? Weiß das wäre? Taschenlampe Oder Oder sammle ich den einfach auf? Wo müssen wir denn lang? Wie kann ich denn an Questen gucken? Ja Das ist halt wenn alles Achso Hier ist M Inventar Ach Okay Inventar Paddel 1 Paddel 1 Paddel 2 Okay 2 Paddels haben wir Quest Wir machen erstmal Wir sagen die Nähe im Quest Quest Ziel Kann ich den nicht verfolgen? Kann ich nur das? Quest Quest Ziel folgen Was müssen wir hier? Suchen Maggie, okay Hol die Rettungskarte aus dem Bungalow hier Das wollen wir doch machen So, die haben wir angedrückt So, dann werden wir mal zum Bungalow Das ist Treten, genau Mach da was? Nee Holzbesenstiel, den nehmen wir jetzt nicht mit, oder? Den könnten wir aber mal mitnehmen Können wir gleich den ersten abwerfen, der uns entgegenkommt Das muss denn hin Teilschott, um was zu trinken Haben wir denn keine Leben mehr? Das ist unsere Leben M Gucken wir mal Inventar Medikit Haben wir nicht das noch irgendwo gehabt? So Gärchen Fallen lassen anlegen Kleber Kleber Bauplan Okay, werden wir es nochmal sehen Wo sind sie die Zommen? Wo sind sie? Bist du tot? Tod So Zum Pool, zum Bungalow Oh, seht ihr die Blutspur hier? So Müsst'n das da sein Uah Oh Ja, da oben ist einer Uah Oi Ich kann nicht mehr Ich bin außer Atem Ich bin außer Atem Ich bin außer Atem Bleiben Bleiben Fuck co Jetzt Ich bin außer Atem Ich dachte, er nimmt sich das Oh! das Mikro Ich dachte, er nimmt sich das Paddel aber da hat er nicht genommen Okay Wahn Ein bisschen sparsam als Michelle Okay da haben wir in den kopf zerfetzt sie brennt sie brennen wir auch wie auch oder einfach durchs wasser und vorbeigelaufen du kannst du nicht nun es ist okay nun mal ob auch nicht so ein Messer das muss zu trinken So, und was ist denn lang? 44 Meter. Du. N. I. G. N. Was? Äh, haben sie ein bisschen Hunger gehabt. Uh, 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 komm her, komm her, komm her. Boom. Boom. Auf den Kopf. Auf den Kopf. So. So, weiter geht's. Wir sind fast da. 27 Meter noch. Oh, what the fuck. What the fuck. Tot. Meine Frau, mein Vater. Mein eigener Bruder. Oh, oh. Oh, fuck, mein eigener fucking Bruder. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice. Ich mach dir keinen Vorwurf. Du musstest es töten. Sie wollten dich töten. Äh, komm mit den töten? Okay. Oh. Ein Messer. Sehr gut. Ja, den haben sie zugerichtet. Oh, das ist gut. Haben wir hier noch? Was zu trinken? Hm. Sieht schon gar nicht so lecker aus hier. Kann man das öffnen? Kann man das öffnen? Nein, das ist gut. Das ist Roger Hallowatt. Oh, das ist er. Auf einem speziellen Assignement auf der Isle von Banohi. Ich habe investigiert illegalen Logging und Clearcutting das nicht nur schweigert das Ökosystem hier, sondern kostet die Menschen von Banohi billions. Ich habe gesagt, dass meine Leben Die Leben werden gefährlich sein, als die hinter dieser illegalen Aktivität nichts zu verhindern, um zu schützen ihre Kriminelle Unterprise zu verhindern. Als Vorbereitung, werde ich einen Schraub von Rekordungen verlassen, wo ich immer gehe. So dass, wenn etwas passiert... Back the fuck off me! ... ich werde immer sagen. Ich gehe jetzt mit einem Informant, der, glaube ich, könnte das Lid aus der Entschuldigung zerbrechen. Wo sind wir denn gerade so genommen? Weil er uns eine Schelle gegeben hat. Oh, wir laufen auch ganz schräg. Da ist die Karte, die wir gesucht haben. Sehr gut. Da ist nichts mehr. Ist hier noch was? So, damit haben wir eigentlich die erste Aufgabe erfüllt. Wir haben die Rettungsschwimmerkarte bekommen, wo wir mit in den... ...und die Sicherheitskontrollen durchzukommen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Stopp für diese Folge und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wieder zu Dead Island bei BÜRGEROM L.P. Bis zum nächsten Mal! Bis Donnerstag! Tschüss!